Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem neuen Wimmelbild. Ja, wir sind gerade hier im Nordatlantik unterwegs und haben das nächste Schusswrack gefunden. Die SS-Arktik. Äh, ein Raddampfer. Ich hab's heute mit der Betonung. Sowieso ganz toll. Ja, wir sollen auf jeden Fall ein Taufmesser finden. Das ist so das wichtigste Utensil für einen Taucher, da die Klinge aus Edelstahl ist und es einen Gummigriff hat für guten Halt. So, Objekte, die auf der Liste gelb geschrieben sind, werden interaktiv. Sie werden deinem Inventar hinzugefügt und du kannst sie später benutzen. Manchmal glaube ich echt, ich brauche eine Brille. Oder ich überlege es einfach zu schnell oder interpretiere zu schnell in den Text. Ich weiß es nicht. Ähm, okay, also wir müssen erst das Tauchmesser finden. Und ich wollte nochmal gucken, was... Ich glaube, das ist unser Objekt, das wir finden müssen. Yay, wir haben das Artefakt gefunden. Ja, machen wir. Äh, Schiffskapitäne bewahren oft wertvolle Gegenstände in ihrer Kabine auf. Es handelte sich meist um Geschenke von Freunden oder Familie und zeigte den höheren gesellschaftlichen Status und erinnerte an Zuhause und an die Heimat. Dieses Artefakt schaltet ein Hintergrundbild frei. Wuuu. So, SS Atlantic hatten wir. HMS Sapphire hatten wir auch. Jetzt die SS Arctic. William H. Brown aus New York, nee, New York, keine Ahnung, baute die SS Arctic für die Collins Schiffsfahrtslinie in New York. Das hölzerne Dampfschiff maß 285 Fuß Länge und 45,9 Fuß Breite und wog 2856 Registertonnen. Das Schaufelrat erlaubte es dem Dampfer bis zu 12 Knoten schnell zu fahren. 1850 fuhr das Schiff auf seiner Jungfernfahrt von New York nach Liverpool. Ähm, die Frage ist jetzt, ist das da gerade ein Rechtschreibfehler oder heißt das wirklich so? Ich weiß es nicht. So, hier bei ihr haben wir auch noch nichts weiter. Gut, dann suchen wir mal ein Taufmesser, ein Rasiermesser, ein Stück eines Codes, eine Truhe, eine Münze, ein Rettungsring, ein Gewehr, eine Harbester, ein Seil und einen... Ich habe gerade Kopf gelesen. Ach du Heiliger, ein Topf. Wir suchen einen Topf. Ist das ein Topf? Nee, das ist ein Koffer. Ist ja aus wie so ein Mö... Einmal von einem schwedischen Möbelhaus. Öh. Ja, gut. Wo ist denn hier ein Tauchmesser? Das wäre ja ganz praktisch zu wissen. Öh. Hm. Gut, wenn ich versuche einfach mal erst die anderen Sachen zu finden, obwohl ich bezweifle, dass ich da schneller bin. Was ist das? Das Rasiermesser? Yay. So, wir suchen ein Gewehr. Das haben wir auch. Eine Truhe. Das ist die Truhe. So, die Münze. Das hier? Naja. Hm. Ein Rettungsring. Öh. Ach, hier ist die Münze. Eine Haarbürste. Ist das eine Bürste? Oder? Äh. Ah, ist das das Tauchmesser? Yay. Wupsi du. Yay, wir haben ein Stück eines Codes gefunden. Das sieht aus wie ein Stück von Codes aus einer Weltwahrer I-Era-Coding-Machine. Dein Vater war auf etwas wie das. Ich glaube, wir können mehr Informationen finden, wenn wir das weiterhören. Die Maschine war in deinem Vater's Office. Er muss es mit ihm gebracht haben und es in einem hurry gelegt haben. Ja gut, wir sollen nach irgendwelcher, äh, irgendeiner Codierungsmaschine suchen, die damals, äh, irgendwann verwendet wurde. Aber wo ist der Topf? Ach, scheißegal, was wir hier tolles finden über Vater und Co. Wir wollen den Topf. Gut, jetzt wollen wir auch noch ein Seil. Ähm. Ein Seil. Da. Gut. Ein Rettungsring und eine Haarbürste. Da ist der Rettungsring. Und wo ist jetzt die Haarbürste? Ähm. Schnupp, schnupp, schnupp. Also, es ist immer noch eine Bürste hier. Aber nimm die doch einfach für die Haare. Ich meine, das nutzt doch eh keiner mehr. Ist doch scheißegal. Mä. So, wie sieht die Haarbürste aus? Ah. Mhm. Äh. Also, die hat tatsächlich so einen Stiel dran, weil die ist ja wirklich so eine Scheuerbürste. Mä. Haarbürste. Da, 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 da. Ha, ha. Merkt ihr meine Laune? Die ist so gehoben. Ich will jetzt diese Haarbürste finden. Ach, Mennu. Das ist eine Haarbürste, Mann. Warum ist denn hier keine Haarbürste? Hab sie. Juhu. La, 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 la. Tauchgang beendet. Ach, ha, je. Dreh mal zwei Karten, um und versuche gleiche Bilderpaare zu finden. Wenn du alle Karten vom Brett gespielt hast, hast du gewonnen. Ja. Dreh mal zwei Karten. Das ist eine Haarbürste. Juhu. Ja. Ich will alle Karten. Juhu. Wenn du alle Karten vom Brett rausk grossst, hast du gewonnen. Gott, so viele Gesichter kann ich mir gar nicht merken. So, die habe ich aber auch schon irgendwo gesehen. Das ist wieder sie. Das habe ich hier auch irgendwo gesehen. Hä, welcher war denn jetzt hier? Welcher? Ach, der Typ war hier oben, ne? Ja. So, und irgendwo waren hier auch die Flossen. Wann ist die hier? Ne, gut, aber da ist schon mal sie. Da sind die Flossen. Und wo war jetzt das Seepferdchen? Oder dieses Muschelding? Ist ja nochmal eine andere Muschel. Das ist das Seepferdchen. Hier ist Opa. Äh, wo sie war halt schon wieder vergessen. Ne, das war das Seepferdchen. Da war sie. So, das Schiff. War das das? Das war das Schiff, oder? Ja. Das war das Seepferdchen. Er war das hier, glaube ich. Das war hier. Nee, Quatsch. Das war das. Eins, zwei, Born. Jetzt haben wir das. Wuhu! Wir haben es geschafft! Habt ihr vielleicht sich mitgeraten? Hm? Ich hoffe dann. Wir haben es komplett. Lass uns auf der Karte nach einem neuen Wrack suchen. Natürlich was geht. Wir suchen jetzt mal hier. Haben einen Wrack gefunden! Woo! Die HMS... Will... Will I? Will I? Will I run? Will... Will... Will I run? Okay. Schwerer Kreuzer, Objekte 10. Torren! This is an old warship from the first world war. I think there are a lot more code samples lying around here. Let's try to find them. One more thing. Sometimes the objects you were looking for aren't all in the same place. You may have to search at another site. Okay. Manchmal findest du auch in anderen Szenen interaktive Objekte, die man anderswo benötigt. In diesem Fall müsstest du einige weitere Fragmente des Codes am anderen Ende des Wracks finden. Und dorthin gelangst du über die Karte. Okay. Das heißt, wir finden hier vielleicht nicht alles. Ähm... Ist an sich ja auch nicht schlimm. Finde ich eher ganz cool. So. HMS-O-Line-One. Dieses ist die Steuerbord-Sektion des 12.000 Tonnen Kreuzers der British Cavendish-Klasse. Äh... Der Kreuzer hatte viel Munition an Bord, die auch noch im Wrack zu finden ist. Das Schiff lief im Jahr 1922 auf dem Weg nach Labrador auf Grund. Äh... 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 Haltet einen Bildschirm schon da frei. Haben wir schon irgendjemanden neuen kennengelernt? Äh... Ja. Gut. Lese mal ein andermal, wer die Leute sind. Ähm... Seht ihr irgendwie dieses super tolle Objekt? Weil ich seh den momentan nicht. Dieses Kelch-Teil. So, können wir hier irgendwas mit dem Teil machen? Gut, mehr haben wir hier anscheinend nicht, ne? Nö, nö. So, Ölkännchen. Wo ist mein Ölkännchen? Gute Frage, wo das ist. Ist das kein Ölkännchen? Echt nicht? Ach mein, wo ist das Ölkännchen? Ach, wir müssen auch eine Bombe suchen. Das ist natürlich ganz toll. Ich such prinzipiell gerne nach Bomben. Das macht immer so viel Spaß. Ach, du Heilige. Das macht immer so viel Spaß.